Hallo zusammen, da sind wir wieder hingelegt. Ich habe mir jetzt mal eine Markierung gesetzt, um hierher zu kommen. Und es sieht ja ziemlich bevölkert aus hier. Wir sind jetzt kurz über die Brücke zu dieser Burg. Ein Turm noch vorne dran irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da eigentlich richtig sind, aber passt so aus. Da unten ist der Rabenvogel. Machen wir noch ein Skritte. Ist das irgendwas interessantes? Der Vogelhäusel ein großes. Ah ja, wegen der Vögel. Größere Vögel brauchen ja auch Vogelhäusel. Ja klar, verstehe ich. Und da unten sind auch noch Hunde. Gut, dann machen wir es auch noch. Da wir jetzt hier keinen Rastplatz haben. Da liegt noch eine Goldnissade, die habe ich aber auch genommen. Doch einen Rastplatz haben wir, aber ein bisschen weiter weg. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier. Oder reiten hier. Einfach durchs Gebüsch oder was. Da müssen wir nicht gehen. Es sind ziemlich viele. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Gehen wir da durch irgendwie? Oh, was geht denn? Okay, die greifen auch. So. So, das heißt. Blöden, oder? Haben wir die getriggert jetzt? Masse Schlag. Die kommen erst der gerne. Nehmen wir aber nicht viel schade. Da unten läuft wegwärts. Totales. Gibt es ihn? Mit die zweite. Da steht er da rum. Wir machen mal was. Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen da vorbei. Keine Lust, da mitzumachen. Ach, da ist ein See. Oh, da liegt da noch was. Schwelnde Schmetterlinge. Können wir da drüber irgendwie, oder? Ah ja. Aha. Prima. Das Lager. Das Lager an der Burg. Oh, da ist ein Fluss. Ziemlich tief, ne? Aha. D-Volk. Okay. Aha. Ah, der Evo kann man auch gehen, ne? Ach so. Okay, wenn die sich so nicht einig sind. Okay, wenn die sich so nicht einig sind. Alles wäre kaputt gemacht. Sturmwind, Sturmwind. Ach du. Hat der auch einen Teleporter, oder? Eh, prima. Was ist hier prima? Ach. Dann klärt es so. Ja, aber. Das ist ja leider. Hoch mit. Da oben. Ach. Ach du scheiße. Vorher, was es geht. Guck mal, da unten. Die Feiten. Sind das Farida? Ja. Messingschild. Mit auch ein Zwerchmiedestein. Hat der dabei. Sieht es aus? Sind sie fertig? Die haben die Wölfe verdreht. Oder die Hunde. Nicht alle, aber. Dort sieht es, wir rennen noch nimmer und wollen da noch was reißen. Ja. Gut von mir aus. Soll mal eingeschränkt sein. Doch kein Vogelhäusel. Ach. Achtung. Gehts noch? Ach. Was machen? Waren die da jetzt? Ah. Die haben die Truhe bewacht. Warte mal. Warte mal. Kommen wir da hinten rum? Ah, ne. Ach. Das wird jetzt keine Teleportartruhe sein, weil da unten ist ja schon eine. Durchschuss, Talisman. Super, ja. Das ist bestimmt für den Bogen, oder? Kann man unter Umständen nutzen, um durch Schilder zu schießen, oder? Warte mal gucken. Langsam kriegen wir sie alle. Weitschuss haben wir schon. Durchschuss. Erhöht die Angriffskraft vom Pfeilen und Bolzen. Klasse. Muss man sich merken, ja. Weil, wie gesagt. Entweder skil ich mal um auf eine magische Waffe. Ich hoffe, ich habe alles jetzt. Ah, egal. Du scheiße. Zwei Leder. Gut, dass die erste da rauf bist und nicht die Orna. Ist jetzt geliebt wieder. So, jetzt ist die Frage, sollen wir erst mal... Können wir da einfach so durch, oder? Sollten keiner durch sein. Da vorne ist noch mal so ein Turm. Oder sollen wir da... Geht's denn so hin? Das Wetter geht's nicht direkt in die Burg gehen, oder? Und gerade gucken. Ja, was heißt gerade gucken? Ich weiß gar nicht, was... Was da nachgeht. Das ist sinnlos. Aha, da. Schloss Rotmähne sind wir. Aha. Und wenn wir jetzt tot, können wir wieder zurück, oder was? Ja. Denk ich immer Schloss Rotmähne. Wird scheiße aus hier, oder? Unaufgeräumt und wieder. Spät holen? Nein. Die Mannen auch nicht. Okay, jetzt bin ich ja positiv eingestimmt, weil Schloss Vulkan war ja auch nicht so riesig. Okay, scheint keiner da zu sein. Ist das jetzt besser gewesen, oder hätten wir... Wenn wir sehen, ob wir noch rauskommen... Musik ist wieder episch, ne? Betende Brüder. Achtung! Geht überhaupt nicht auf. Schloss Rotmähne. Kurze Gruppe Überblick verschaffen. Denken du alles? Wir haben die Schwedert, damit sie nicht geklaut werden. Machen die Bauarbeiter bei uns also. Hängen die über die Maschine hin, damit sie nicht geklaut werden. Gute Idee. Da vorne ist ein Lagerfeuer. Ein Runen. Keine Toa. Entzünde. Los Rotmähne. Steckt die Wand irgendwo? Nein. Aha. Was ist denn das? Irgendwas... Oh, oh. Hä? Ach du Gummel. Oho. Oho. Ach du Scheiße. Du geht's ab, du. Was da alles rumhängt. Machen wir noch ein Screenshot. Okay, okay. Oho. 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 Das dritte Schatz? Oho. Das dritte. Deine Aufeueram. Ich weiß nicht. Oho. Ot oder was soll man mit dem rede oder ich weiß es gar kein gegner zu sein und friedlich dahin die da die star die fester ist die 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 und ich jetzt wissen wer das war ist es der da oben gewesen aber das macht den ausdrücken männer das steht er noch nicht sehen schritt jetzt erstmal mit 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 blade hammer blade the gates thought it might find you here i must admit i was a little worried we missed our meeting but it looks like you're still in one piece see you must have heard by now right that starskirt radarn hold rani's fate in stasis but once he's out of the way it will spring back into motion so now we stand against the demigod once known as the strongest of them ist es jetzt ich habe dann irgendwo übersehe bleibt dann werde ich ja die quest unterbruch dann würde ich die wahrscheinlich zu ende spiele können da war dann noch einmal hat er uns noch krone oder irgendwas mit nur kronen warum waren noch kronen ich rede noch mal geht damit jetzt das erste mal das war's was machst du du bist du versäße zuständig ich hab hunger anna und immer hunger und die zwei und sind die aussichtbar da hat ein riesiger hammer und eine armbrüche das sind ja drei samurais noch da oder sowas ähnliche ach guten topf ist auch ah alexander indeed i thought i might find you here by the bye do you know for whom this festival is being held well it is none other than general radarn himself to think i could face a great champion of the shattering demigod in the flesh oh god in truth i quiver at the thought such is his frightful repute but the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking be sure to get a good advantage my friend is alexander here by the way to anflinching the brave this ordeal hat er wahrscheinlich war eigentlich wissen ich sollte get a good vantage my friend alexander ich gucke mal ob da noch ein punkt frei wahrscheinlich nicht mehr ja aber was machen wir denn tja ich hab keine Ahnung jetzt ok ich geh halt mal los ich hab ja noch keinen postnippel gesehen und nix was ist mit dem wollen wir mit dem anreden ach das war der hat das gesagt da hat er so ruhig da gestanden oh das war scheiße bevor wir beginnen dann allow me to paint you the full picture ich bin tut mir ich bin tut mir mal reaches die ab die kreis die vor die 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 Wie ist das hier? Wie ist das hier? Wie ist das? Der Redan-Festival! Aha. Ich seh's da vorne ist jetzt ein Busnebel. Und dann werden wir grad dann den Reutigen wieder helfen. Okay, das könnte man vielleicht noch in Angriff nehmen, oder? Man muss sehen, was er macht. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner von dir nicht mitgeht, ne? Wenn man wieder erledigt, dann stehe ich auch noch. Aha. Der Fernsehraum, oder was? Im Sommer sitzen sie da und bauen die Schüsseln an. Aha, da liegt er. Oh, dunkel, ein 5er, ich brauche 6er. Oh, das ist blöd. Tja. Den kenne ich, da gibt's ein Foto, wo er auf dem Stuhl sitzt. Also so ein Screenshot. So, hier kann man nicht... Saved soon. Oder so ähnlich. Aha, da gibt's auch eine Nebenäugung. Ach du Scheiße, guck dir mal das an. Das ist dann das Kampfgebiet? Ne, das kann ja nicht sein. Ach komm, mach mal auf, das geht nicht. Okay, lass es. Die heilige Kirche. Warte, da liegt was. Der Mensch hat was da gelassen. Und 6er Schmiedestein. So. Kann da nichts machen. Ein Aufzug. Aha. Warte, wo kann ich von der Seite jetzt? Ne, das ist die Zierde. Eine Ziertür, ne? Türe. Bin jetzt mal gar nicht neugierig. Ich guck einfach mal da unten. Au. Au, und wieder ein Teleporter. Da geht's dann doch nie weiter. Super. Hm. Komm, das Pferdrufe hier? Ja. Ja. Was machen wir dann da eben? Sieht so gut wie froh. Aber, ehrlich wahr. Aber da muss ja auch was kommen, wenn du... Mensch, das ist jetzt wieder bis hin und her gerissen, ne? Echt General Radar? Oder da... Aber... Da hat jetzt keiner was gesagt auf dem Fest, ne? Dass da jetzt noch was anderes ist. Wie viel hab ich, ne? 3.000? Würde ich ugern verliere, wenn ich ehrlich bin, ne? Klagedünen. Was? Au. Sieht nicht so gut aus, ne? Sternengeiselradar? Hallo, wie viel Moll gibt's denn denn? Wird Zeit, dass wir was trinken, oder? Pferd holen. Ob das hat keinen Sinn, so? Kann mal jemand rufen, hier? Na, na. Was ist denn das? Was gehören da, Drago? Ah, die kommen mal rufen. Aha, okay. Warte, wollen das nicht mehr? Wo ist noch einer? Warte mal. Ach, der Topf. Alexander, mach langsam. Blöde Halbwolf. Ach du Scheiße, was geht da jetzt? Warte mal. Alexander, los, das ist mir gefallen. Weg, 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 weg. Weiter. Warte mal. Warte mal, was da drauf ist, oder? Blutung. Oh, Blutung macht er. Blutung ist ja auffällig. Achtung, Achtung, Freunde. Pass doch mal ein bisschen auf. Oh, Okina. Okina ist tot. Alexander, wer dich? Oh, Lionheart ist ja tot. Wow. Oh, Blade ist tot. Nächste sind wir, oder was? Wollen wir jetzt mal einer fahren, wo der ist? Der Kopf lebt noch. Ok. Und da, spinn doch auch ein bisschen, oder? Ach du Scheiße, Freunde, wenn du ziehst. Echt? Hey, Maria, da bitte ich. Hallo, Mädchen da vorne. Ok, Blutung. Oh, Alexander, da ist der. Was macht denn die jetzt? Oh, die Tante? Steht die Tante am Nibbel rum? Da ist noch einer. Da rennt noch einer rum. Wow. Deckung. Oh. Oh, steht noch was drin. Guck, wir brauchen noch ein paar Pfeile. Ok. Achtung. Wow, das war ich. Ich hab Angst. Oh, du Scheiße. Ich krieg Angst. Mädchen. Bring dich in Sicherheit. Wow, 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 wow. Ich oder Sternengeisel. Ach du Scheiße, meine. Fuck. Ich hab noch ein paar Rufe, keine. Oh, was geht hier? Oh, was geht hier? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh auch bleibt ich rede mal noch kurz mit dem ich will die lege der reisung und der path ist now in klinik iranis fähig wie die seite mit der folgenden star mit dem take of our souls once more und mistrush rani jetzt mit der folgen star mit dem go und bei only purpose ist die feine kürtens reise doch nicht irgendwie was sollen treffen wir uns dort kommt stuja ja okay dann da kann man zurück reisen zum eingang zurückkehren so das war jetzt gar nicht in der burg zum boss hin sondern dass wir nicht raus können nur den weg gehen jetzt leuchtet mir ein lamblein okay ich mach aber ein cut ich will da noch mal rum gucken ich weiß dass das war schon sinnlos ist aber das mache ich da kenne ich nichts okay macht es gut bis denn okay nachtrag in der gegend jetzt abgeritten also und jetzt nichts entdecken was jetzt irgendwie uffälligkeit irgendjemand ist gestorben aber ich sehe niemand da noch das sind aber alexander ist noch der mal reden nur kurz mit dem wasser mail was macht er dann sortiert was haben wir da mal ok wenn wir mal runter ah hello there it was a battle marvelously fort you are well and truly a champion friend i on the other hand nothing but a croc one hit was all it took to crack me and for my inside to come spilling out after that uh my head like a coward and as such i can hardly stand to face one such as you but don't you think i've given up just yet as luck would have it there's a veritable mountain of warriors bodies right here if i can just squeeze this bunch down inside me i'll be a mighty warrior again in time and you know the bodies found here are exceedingly fine who could expect any less from the very warriors who fought in the shattering the greatest of all wars just you wait and see friend i'll grow even stronger just you wait when next we meet ja das ist eine gute ausstellung okay das war jetzt der nachtrag hänge ich hier nicht drauf okay dann würde ich sagen gehen wir erstmal zurück und sehen weiter macht ihr bis dann aujourd'hui y und